Willkommen zu Auf Kosten Stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag meine Damen und Herren. Breitbart schrieb am 1. August. Präsident Joe Biden gab am Montag bekannt, dass die USA den Al-Qaida-Führer Ayman El-Savachri getötet haben. Biden, der unter niedrigen Zustimmungswerten leidet, dürfte von der Nachricht profitieren, zumal der einjährige Jahrestag des US-Abzugs aus Afghanistan näher rückt. Al-Savachri übernahm die Führung von Al-Qaida, nachdem die US-Streitkräfte 2011 Osama Bin Laden ausgeschaltet hatten. Er war eine der am schwersten zu fassenden terroristischen Persönlichkeiten der Welt und die US-Geheimdienste haben viele Jahre lang vergeblich nach ihm gesucht, bis er schließlich gefunden und getötet wurde. Deutsche Welle fügte am 2. August hinzu. Der jüngste Schlag dürfte die ohnehin angespannten Beziehungen Washingtons zu den Taliban weiter komplizieren. US-Außenminister Antony Blinken sagte, die Taliban hätten das Doha-Abkommen von 2020, das zum Rückzug der USA aus Afghanistan führte, grob verletzt, indem sie dem Al-Qaida-Chef Unterschlupf gewährten. In einer Erklärung verurteilte die Taliban-Regierung den US-Schlag und erklärte, er stelle eine klare Verletzung internationaler Prinzipien und des Doha-Abkommens dar. Der britische Kommentator und Journalist Piers Morgan schrieb am 2. August in einem Artikel, der von der New York Post veröffentlicht wurde, folgendes. Nach Beidens Rückzug aus Afghanistan über Nacht im letzten Sommer, bei dem er die Menschen dort einschließlich der Verbündeten an die Taliban-Wölfe ausgeliefert hat, versicherte uns der Präsident, dass Al-Qaida aus dem Lande verschwunden sei. Al-Qaidas Nummer-eins-Terrorist zog mit seiner Familie schnell nach Kabul. Er hätte dies nicht ohne das Wissen und die ausdrückliche Unterstützung der Taliban-Chefs getan. Der Führer von Al-Qaida plante aktiv weitere Terroranschläge von Kabul aus, und die Taliban wussten das. Dies macht natürlich Beidens Behauptung, Al-Qaida sei aus Afghanistan verschwunden, zu einer absoluten Verhöhnung. Aber wenn die Taliban dies Zawahi erlaubten, wie viele Al-Qaida-Aktivisten sind dann jetzt wieder in Afghanistan und planen ebenfalls, Amerikaner und ihre Verbündeten zu ermorden? Das Hauptziel des 20-jährigen Krieges, der auf den 11. September 2001 folgte, war es, die Al-Qaida daran zu hindern, Afghanistan als Basis für die Planung weiterer solcher Anschläge zu nutzen. Alle Hoffnungen auf eine neue, reformierte, andere, nettere, weisere Taliban waren so falsch, wie viele von uns damals befürchtet haben. Beide, nämlich Taliban und Al-Qaida, hassen Amerika und alles, wofür es steht. Und wenn sie die Möglichkeit haben, werden sie so viele Amerikaner töten, so viele Amerikaner töten, wie sie können. Die Tatsache, dass Zawahi in der Lage war, von Kabul aus neue Anschläge zu planen, sagt alles über den tatsächlichen Schaden aus, der durch Bidens entsetzlichen Abzug aus Afghanistan verursacht wurde. Machen wir uns keine Illusion. Die Tatsache, dass der meistgesuchte Mann der Welt zurück im Herzen Afghanistan war und neue Wege fand, um Amerikaner zu töten, ist ein monumentales Versagen. Und die Verantwortung dieses Versagen liegt bei Ihnen, Joe Biden, dem Mann, der vor einem Jahr die weiße Fahne geschwenkt hat und die USA nun möglicherweise einer ganz neuen Welt des Schmerzes und des Blutvergießens durch dieselben Terroristen ausgesetzt hat, die 2001 die Zwillingstürme zum Einsturz brachten. The Twin Towers in New York. Als der 11. September stattfand, wiesen einige auf eine Prophezeiung über die USA in der Endzeit hin. Jesaja 30, Vers 25 sagt uns, Und es werden auf allen großen Bergen und auf allen hohen Hügeln Wasserbäche und Ströme fließen zur Zeit der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Dies spricht aber eine Zeit, die noch in der Zukunft liegt. Dann gibt es viele weitere endzeitliche Schriftstellen, die auf einen verheerenden Angriff auf amerikanischem Boden mit beispiellosen Folgen hinweisen. Ezekiel Kapitel 6 und Vers 6 sagt uns, Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. Denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen. Die Heberfelder Bibel schreibt, An allen euren Wohnsitzen sollen die Städte in Trümmern und die Höhen verwüstet da liegen. Und die Living Bible übersetzt es wie folgt, Alle deine Städte werden zertrümmert und niedergebrannt werden. Dies beschreibt einen Angriff mit Atomwaffen. Dies umfasst Städte wie New York City, Washington D.C., Los Angeles, San Francisco, San Diego und alle größeren weiteren Städte Amerikas. Es wird zu einem weiteren Angriff wie am 11. September kommen. Mehrere Angriffe wahrscheinlich. Ich erinnere mich an das berühmte Lied von Alan Jackson über den 11. September mit dem Titel Where Were You When The World Stopped Turning On That September Day In Deutsch ungefähr Wo warst du, als die Welt an jenem Septembertag aufhörte, sich zu drehen? Eine Strophe hat mich damals besonders berührt, berührt mich heute nach wie vor. Es heißt dort Hast du dich schuldig gefühlt, weil du ein Überlebender bist? Hast du dich in einem überfüllten Raum allein gefühlt? Hast du deine Mutter angerufen und ihr gesagt, dass du sie lieb hast? Hast du die Bibel zu Hause abgestaubt? Herbert Armstrong hat einmal gesagt, Blasen Sie den Staub von ihrer Bibel ab, öffnen Sie sie und lesen Sie darin. Er hat das häufig gesagt. Für das nächste Mal sollten wir uns vielleicht diese Frage stellen. Wo wirst du sein, wenn die Welt wieder aufhört, sich zu drehen? Bitte lesen Sie unsere kostenlose Broschüre Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika. Das ist Norbert Lenk für die Sendung auf Postenstelle. Auf Postenstehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de www.sorbritannien.de www.sorbritannien.de